Und da ist der Garbert! Ich sehe den Niklas! Wo seid ihr denn? Das sieht Team-Schaden an. Siehst du beschränkt aus! Ich habe die Kamera einstellt! Irgendwie ist es sonst... David? Da war einer! Oh! Wie zieht man denn hoch? Oh! Nein! Nein! Wie zieht man denn hoch? Ich fliege! Ich habe die Kamera einstellt! Oh! Ich bin ja draufgekommen! Jetzt guck mich mal unbütlich gut! Ich komme! Die Rettung ist unterwegs! Stimmt! Hm? Ich habe keinen Bock mehr als GTA spielt. Das spielt so schlecht! Oh! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Doch ganz schön gut das Spiel! Weißt du nicht aber... Andere Richtung! Genau! Andere Richtung! Oh! Wo seid ihr? Warum kann ich denn nur mit dem Kopf wackeln? Was ist das denn? Was kann die... Wut... 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 Du bist 5 wieder in einem Auto! Wut... Da spielen könnte! Ne... Wut... 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 Guck mal! Ich kann ja mit meinem... Wut... ...Kann ich über die Tür anlaufen... Verlebt mich mal wieder, aber ich will nicht lebe ja. Jetzt will mehr. Grenade! Das ist ein Kanadiker worden. No! Das ist doch das. Hey, ich kann den Darm nicht wieder beleben. Na doch jetzt. Ja, vielen Dank! Das ist die Drehplattform. Los, wir stellen uns jetzt auf die eine Seite, machen eine Kuppel und dann bleiben wir die ganze Zeit durm. Das wäre doch eh nicht. Mach auf jetzt! Hört jetzt auf! Los, wir müssen halt drauf. Snap! Nein! Oh mein! Nein! Nein! Ich hab's! Aaaaaaah! Das ist nicht jetzt richtig. Join me! Tschüss, Ordo. Aaaaaaah! Ich hasse dich auf dir. Du bist geflogen wie Jesus! Das war ja voll geil! Psycho! Warum hast du's im Gesicht? Warum hast du's im Gesicht, heeeeeeah! Hey doch stehtt! Da hinten sind ja viele Flasen gewesen. Hyö, raus raus! BELSET ini SISCHER? I estimate here, sie mit denalla Ich bin jetzt draußen! Es ist nur einer Nacht da aus! Konate! 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 Wo sitzt du denn? Belagere den Panzer. Ja, da war der jetzt halt im Weg. Aber es gibt noch heftigere. Das sind so Benjis. Das ist so Benjis. Das ist so Benjis. Das ist so Benjis. Das ist so Benjis. Skopo! Oh! Oh! Du bist noch ein Feind! Du bist noch! Ich bin freiheit! Nicht kaputt machen! Oh, wo will er hin? Yeah! Ja! Oh! Der ist eingefroren! Steffen, sie schmetter ihn! Daneben irgendwie. Sie kommt zu mir! Der will frei sein! Der ist frei! Der ist frei! Der ist frei! Weg! Der ist weg! Alter! So! Scheiße! Pass auf! Links! Ihr kriegt mich wie! Ihr kriegt mich wie! Baaah! Mö! Wecklech! Wuuu! 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 Was machst du denn? Meine Füße wägen sich näher. Ey, das läuft doch total komisch! Egal, ich kann trotzdem Leute töten! Ja, wo bist du denn jetzt? Alter, ich kann mit einem Sitzleiter drehen! Oh, ein Panzer! Wo denn? Wuuu! Oh my god! Grenade out! Oh my god! Oh my god! Echt? Ich bin die ganze Zeit nicht! Kannst du jetzt mal aufhören mich abzupallern? Was ist denn die alles? Oh! Oh Stefan! Oh ja, diesmal... Diesmal kam die Gerechtigkeit über mich! Damit! Damit! Vander hee! Flit zusammen gestoppt! Damit! Ganz eklig! Echt, in mir? Ja. Никlas?! Na bok! Ich bin zu wendig für Euch! Nein, damit dai blieid! Flitzenblitähdähdähاتwww Damit die Tekeleits hid! Dinninninninninnnnn Ich will den Crossbowmen schli develops Du hast so ne Brücke und so ne Hinsicht Aäpfel guck sie hier an Das sind wahll schöne Äpfel AHHHHH AHHHHH LEG RAN! Ich sterbe! Och. Jetzt ist er weg Keiner drunter was denn das für uns Was hängt da? Äff Ziemlich heute 215 In den Arsch! Dädeh 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 Gute Scheiße Oh Gott ja Hahaha Halt Los gehts Jaaaaaaaa Pfff Okay Wer fliegt denn jetzt? Hallo Ruuu Ich glaube es hängt Du weißt was willst du holen? Du weißt was willst du holen? Du willst kämpfen? Aaaaaaaaaaah Da wo bist du schon wieder hin? Hu! Äh Ich will die Kiste da drauf Da ist einer beigetreten Oh nein Oh Kann ich sogar noch abwerfen Haha Alter jetzt ist er schon wieder hier Aaaaaaaaaaah Haha So Verweilt ein wenig Verweilt ein wenig Verweilt ein wenig Verweilt Verweilt Scheiße Alter Ich hab den Dirk ja nur erklärt Alter jetzt geh doch mal auf den Wasserflitz machen Ich hab keinen Wasserflitz Doch Kock Pass auf ihr macht Wasser und Flitz gleichzeitig Jo Jo Jetzt hab ich Wasser und Flitz kombiniert Und jetzt kommt Der Wasserflitz Hahahaha 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 Was? Ich hab' die Idee! Nein! 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 Robe wackelt! Meine Robe wackelt ja voll lustig! Hahaha 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 Oh Typ, der mir ist in der Schelle gegen ihn. Das war's. Das sind wir oft. Hahaha 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 Oh, hier ist ein Brett nur. Oh 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 Oh